Ah, ich liebe den Schmuck des Sehners in der Morgen. Ich habe mehr, dass du einen Turd hast. Versteckt sich unter einer Turde? Ist okay. Auch wieder so ein Ding, was man vergessen kann? Machen wir es so. Die klassische. Ach. Ja. Sewers und Co. Was machst du da? Eins raus. Nein, du bist ja hier überhaupt nicht für ihren Platz oder so, ne? Rocket Launcher. Ready to Rocket. Oh, das ist Rocket Ranger. Ready to Rocket. Ja, ich glaube so war's. Macht das Ding dann Schaden? Ja, es geht. Ein Raketenwerfer, der was verschickt. Wow. Einfach genug. Ähm, Warbomben. Genau. Sprich, wir können hier jede Warbombe gebrauchen, die wir kriegen können. Da machen wir mal rein. Das ist es. Das ist die. Chü, 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 chü. Kann ich eigentlich schon wieder laufen? Ja, tatsächlich. So, speichern. Zwei hatten wir da. Du hast mich komischerweise nicht gesehen. Da kommen wir so nicht hoch, aber wir können ihn so machen. Saubere Sache. Er wollte die gar nicht irgendwie mitfinden oder so? Hallo? Ne. Hat er den Punkt wusste? Oh Gott. Na. Alles klar. Klack. Klick. Ich habe halt echt gedacht. Einmal im Nacken. Den guten Neckshot. Wie dachte ich, dass wir hier schon viel weiter werden in dem Spiel. Also im Hard Mode. Da kommen wir nicht durch. Ne, das ist das andere Ende gewesen. Swoop. Das hat auch ein bisschen gedauert, ne? Jetzt sind wir jetzt eins. Neunundzwanzig. So. Gehen wir mal weiter. So war es nicht gedacht, aber okay. Splat. Kennt das jemand von euch? So ein Spiel. Von, ich glaube, HB war das? HB? MB. Nicht HB. HB war die Zigarettenhage. Ähm. Schön Spiele von HB. Genau. Ähm. Von MB. War das von? Ach, was weiß ich. MB Mattel. In so einem. So einem Dings. Und da hat man einen Käfer gemacht. Aus Knete. In verschiedenen Farben. Mit denen hat man gespielt. Und ich komm da nicht hoch. Doch. Mit denen hat man sich dann so über das Spielfeld bewegt. Und dann gab es Ereignisfelder. Bei einem Ereignisfeld wurden dann... Karten gezogen. Und ich glaub, waren das immer Splat-Karten? Das kann sogar sein. Ähm. Die Splat-Karten hatten dann eine Farbe. Und je nachdem, welche Figur auf dieser Farbe stand, ähm, wurde dieser Käfer dann halt, ja, gesplatted. Also platt gedrückt. Literally. Und je länger man das Spiel gespielt hat, desto mehr Platte und, äh, ja. Platte-Käfer gab es dann nachher. Auf dem Spielfeld. Fand ich immer ziemlich cool. Außerdem war das Feld sehr schön, äh, designt. Nämlich... Voller Süßigkeiten. Ja. Ja. Das fand ich immer gut. Ich glaube, wir müssen noch mal runter. Können wir gar nicht mehr mehr? Doch. Können wir noch. Okay. Wird da mal noch was vergessen hier drüben? Kann das sein? Nee, haben wir noch. Ach Gott, jetzt müssen wir wieder hoch. Und das kriege ich auch wohlgegangen. Achso, wenn wir da nicht drüber gesprungen wären, dann wären wir ja auch gar nicht hoch. Und da kann man noch was machen. Okay. Hier oben auch nicht. Hier oben vielleicht. Hier oben vielleicht. Vielleicht können wir noch Platte machen. So, hier machen wir dann wieder runter. Jetzt habe ich schon wieder den Speicher, ne? Wollte ich ja gar nicht mehr. Oh, da wollte ich... Oder? Hätte ich da lang gewollt? Huh, schwierig. Wir gucken noch mal ganz kurz, was es da gab. Na, so nicht. So, auch nicht. Ich konnte nicht springen. Ich konnte auch wieder nicht springen. Wow, das ist ganz schön knapp da ranzukommen. So. Genau. Wenn wir jetzt hier weiter gehen. Dann landen wir dann wieder hier. Alles klar. Das sah so aus. Das sind da ein Durchgang. Den hier. Was wir mal passieren wollten. Was wir mal passieren wollten. Splatter, splatter. Ja. Sieben. Wir haben jetzt hinten noch einen Button. So. Wenn wir nochmal drücken können. Push. Mach da auf. Mal's Chlor. Ja. So. Das war gut. Aber. Wir haben jetzt Hecht. Aber, ja. Ich muss jetzt noch mal nicht. No! Auch da. Wieso? Nein. Wieso? Ne? Da geht das Ganze, wenn ich mich mit davor habe. Das ist immer so, hier tiefer man geht. Äh... Warte, wann wir jetzt hier nicht machen oder nicht? Wir werden den machen. Ne, schauen wir nicht. Okay. Wir werden jetzt hier rüber. Und wir müssen dann zwangsläufig hier rüber. Und hier durch. Und jetzt kam dieses Theater, genau. Hier ist einer. Dance for you, Baby. Zwei. Und einer war, glaube ich, unter dem Ziel noch versteckt. Ja. Die kommen auf drei. Dann haben wir jetzt Munitionen, wir können uns schenken. Halt, den nehmen wir noch mit. Wischen wir von der Globgun vielleicht? Wollen wir mal machen, ne? Wollen wir mal machen, ne? Wollen wir mal machen, ne? Nein! Das wollte ich nicht. Sie wollte ich durch. Mhm, mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Ja. Mhm, 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 mhm. Autsch. Anguselt. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Genau. Genau. Wir machen den Firm-Einstecker. Die kommt nur mit raus, ne? Ne. So, hier war doch Mr. Alligator gleich. Ne, doch nicht. Hört sich doch. Ach, die funktioniert unter Wasser gar nicht so gut. Oder gar nicht? Äh. Whatever. Ich glaube, hier kommt hier gar nicht aus dem Wasser raus, ne? Jetzt sind wir auch von der Energie her komplett wieder runter auf unseren... Standardwert. Wie weit müssen wir denn zurück, um hier wieder rauszukommen? Äh. Achso, ich weiß wie weit. Nicht ganz so weit. Nämlich nur bis hier. Hehehe. Klinge auf Aisle 4. Hehehe. 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 Ich weiß nämlich nicht, ob er wieder hochkommt, deswegen... ...schmeißen wir euch mal ein paar Bomben an den Kopf. Hehehe. 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 Ich glaube, wir wollen nachher auf dem... Auf dem wieder raus? Ne. Wo wollen wir denn raus? Hehehe. Hehehe. Nein. Hä, wie kommen wir denn hier? Jetzt habe ich hier 100 Energie, aber ich weiß nicht wohin damit oder was. Das ist doch auch scheiße. Oh man. Ich glaube, wir müssen noch mal komplett zurück. Ach, das ist ärgerlich. Jetzt wird irgendwas rübergefahren? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube mein Korbel, ne? So. Nein, natürlich nicht. Ich bin dumm. Hier mussten wir lang. Und dann nachher über die Zwischenbrücken wieder raus. Fuck. Genau, hier nämlich rüber. Was klitzen da oben immer auf, frage ich mich. Und dafür gibt es gar keine... Oh. Oh. Ich fack ihn irgendwie nie mehr. Oh, der hier rutscht. Und hier einfach über einen Haufen Baller. Scheint so. Da ist noch eine Brücke. Oder sehe ich das einfach noch nicht? Kann man sagen, dass ich es einfach noch nicht sehe. Okay. Und... Raus von uns. Und fängt dann wieder zu. Auf geht's. Aber ich bin irgendwie halt. Chris. Also, ich bin mir da... Ich muss das auch schon mal. Und damit, ihr werdet mit dem anderen haben. Ich bin mir da und das nicht so hart sein. Und ich bin mir da. Ich bin mir da nach vorne. Vier Stück, ja vier Stück, wie wir sehen. Und vier Geheimnis, der verpennt. Drip-Drop. Jetzt kommen wir ja Penner. Hm. Nicht durchdrucken müssen. Ja. Ach so, ich hier können wir auch lang. Okay. Wow. Vier Stück gleich hier hinten. Ich glaube, wir sind ja wieder runter. Ja. Das sind wir. Ach, die Uhr. Dann noch mehr. So, dann haben wir auch aufgeräumt. Shoo. So, weil du da drin machst. Denn solche kann man dann natürlich nicht töten. Okay. Splendid. Splendid. Guns don't kill mutants. I kill mutants. So, vier Stück. Kommt dorthin. Als Ziel hier für diesen Bereich. Könnte sein. Äh, ich stehe falsch rum. Genau. Aua. Aua. Penner. Und da ist nichts. Wo ich irgendwo war? Was versteckt meine ich. Sechs Stück. Oh. Ja, auch wieder nicht. Oh. Entschuldig bitte. Ja. Seid ihr komplett wahnsinnig hier, oder was? Ja, viel Spaß damit. Ja. Okay, da gibt's nur. Ein paar Böhmchen. Die werden wir ganz gut gebrauchen können. Hm. Gut. Gehen wir wieder raus. Na. Ja. Da gab's nix. Oh. Da fängt das Spiel tatsächlich so ein bisschen an zu... vorzurockeln. Nein. Hat aber rechte dargestellt werden, was ein bisschen zu... zu groß ist, oder warum? Gab's denn nichts mehr? Dich. Ja. Ich kann jetzt nicht mehr raus geben. Ich habe glaube wir haben einen Schuh ersten. Da hauern wir gleich nochmal rein. Ich habe das nächste Kuppe zu machen, ok. Komm ok. Au. Nein, 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 nein. Hier haben wir mich. Und da oben gibt es noch allerhande Dinge zu wiederholen können. Mehr Energizer. Für das Energizer Häschen. Aber nicht das da hinten, sondern das echte Energizer Häschen. Da gab es nichts mehr. Okay, dann gehen wir nach oben nochmal da lang und dann hier lang und dann da lang und geht durch. Mimik das. Alles yours, David. Babes, Bullets, Bomben. Verdammt, ich habe den Job. Nein, da gab es glaube ich nichts weiter. Ich habe noch den Fettsack. So kann man da in Energie. Es ist mein Weg oder... Der hat zwei vergessen. Oder... Nein, ich habe die Kie-Karte ja auch noch nicht. Na mal gucken. Ihr habt die Keycard ja auch noch nicht. Von daher... Sollen wir uns da noch keine Sorgen drüber machen. Eventuell gehört das sogar so. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ja, komm her. Wollen wir hier oben einmal komplett durchgehen? Ja, warum nicht? Ja, wollen wir. Neun. Führst du nicht auch nicht immer. In Aisle 4. Smashed. Ich sehe das hier in meiner... Wiederholung. Nein, nicht wirklich Wiederholung. Aber ich habe den Streamer nebenbei hier selber laufen. Das war der 10. Hinten. Dann sehe ich immer, wenn das hier rum... rumruddelt. Das ist jetzt auch wieder ein Spaß. Wow, der hält zwei Schüsse aus bei doppeltem Schaden. Nicht schlecht, Kollege. Der hätte wahrscheinlich nur einen Schuss ausgehalten. Aber wir spielen nämlich umsonst auf hart, ne? Zeit für eine Reboot. Das war der Person. Und das war der Person. No Disassembly. Nein, nicht. Das war der Person. Duke Nukem, immer noch in der Laufung, ich sehe. Ich sehe dich, du. Die größer werden, die größer werden. Du. Ich würde nicht für Ihre Erwartung... von der Strecke auf deinem Weg nach unten. Hehehehehe! Aaaaaah! Ba-da-ba-ba-ba-ba-dee-ba-bo-beep! Woop! Ctrl-Alt-Delete Nice! Eins, zwei, drei! Wie man sonst nie wiederkriegt. Noch mal Schaden verdoppelt. Weil warum auch nicht. Ja, kommen wir nicht durch. Doch, da kommen wir durch. Na, so nicht. Doch, so kommen wir da durch. Key Card? Hat er sich einfach hier gekrümelt? Der Mann hat sich hier einfach gekrümelt. Der Mann hat sich hier verhört. Was ist passiert? Der Mann hat sich hier einfach gekrümelt. Der Mann hat sich hier einfach gekrümelt. Der Schlingel. Da gab es nichts mehr zu holen. Da gab es auch nichts mehr zu holen. Noch ein Nuke. Das hätte er auch nicht. Das hätte er auch nicht. I've got some ice kick in dir first. Und du musstest, glaube ich, nochmal 10 haben gleich. Fass auf 9000, äh, 9000. Au. Lass mich da mal hoch. Alter. Jetzt nehme ich jetzt hier mal hoch. Matsch. Auf den Enden schon freudrücken können. Oh. 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 So, man muss dann immer so Events abwarten gehen. Auch wieder so ein Fall von komischen Abwarten. Ja, das ist das. 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 Das ist das.